Basel SBB Last station of this train, you are all kindly requested to leave the train. Hier der nächste Anschluss in Basel, S6, nach Basel-Badischer Bahnhof Riehenlerach, Schmaulburg-Schopfheim-Zell, Abfahrt um 14.35 Uhr, gleich zwei, S3, nach Münchenstein-Dorna, und auf der Limon-Borstuhl, Abfahrt um 14.37 Uhr, gleich zwei, часть 16, und Region nach Baden-Württemberg, Abfahrt um 14.43 Uhr, gleich zwei, Parte 4. Slash, splash. Wir sehen uns beim nächsten Mal.